Im Jahre 1897 gründet unser Urgroßvater Augustin Jourdain seine Weißblechschmiede in Ekren im Departement Loiret und eröffnet ein Bistro gegenüber vom nahegelegenen Bahnhof. 1935 verkauft und repariert unser Großvater Maurice neben seiner Tätigkeit als Zimmermann und Dachdecker und Monteur von Bedachungen für landwirtschaftliche Zwecke Motoren. Ab 1950 laufen Rohrschubkarren und Maisgestelle von der ersten Produktionslinie von Jourdain mit drei Arbeitern in einer 150 Quadratmeter großen Werkstatt. 1954 entwickelt unser Vater Marcial ein Sortiment für den Zuchtbedarf. Anmeldung des ersten Patents im Jahre 1963 für das Fressgitter mit zwei Öffnungen. Die Jourdain-Rindergatter werden auf mehreren großen Landwirtschaftsmessen ausgestellt und der Vertrieb erfolgt auf dem gesamten französischen Staatsgebiet. Ab 1968 wird die Werkstätte ausgebaut, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. 1980 wird das Gebäude Nummer 3 fertiggestellt, gefolgt von einer Galvanisierungshalle, durch die die Fläche sich mit dem Gebäude Nummer 4 1989 verdoppelt. Dominique und Didier, die Großeltern des Firmengründers, treten 1994 in den Betrieb ein. Gemeinsam bauen sie das Sortiment aus und melden zahlreiche Patente an, darunter das berühmte Fressgitter Safety im Jahre 1996. Die Kleeplattposten achteckig kommen 2009 auf den Markt. Das Fressgitter Safety 4 kommt 2010 heraus. Im gleichen Jahr wird Angel gegründet. Dieser in der Nähe von Angers gelegenen Betrieb widmet sich der Herstellung von Artikeln für Pferde und für Kleinvieh. Der historische Standort wird weiter ausgebaut und 2012 werden neue Büros errichtet. Gefolgt vom Logistikgebäude J2 im Jahre 2016. Im gleichen Jahr wird der aufschraubbare Riegel Autolog Jourdain entwickelt. Seit 2018 ergänzt der Riegel Surlog diese bedeutende Innovation, die den Alltag der Züchter erleichtert. Ein neuer Flügel beherbergt das Entwicklungsbüro und einen großen Showroom, in dem die Besucher das gesamte Sortiment ansehen können. Die hochmoderne, vollautomatisierte Produktionseinheit J3 existiert seit 2020. Mit der Raufe Basic Rind und dem Selbstbedienung-Modul Milchvieh Comfort Plus bleibt Jourdain seinem Innovationsgeist, der die Firma seit jeher antreibt, treu. Heute bin ich Sonntag, fat innenlicher Zukunft 2011. Bis zum nächsten Mal an. Herein Drehmom . Untertitelung des ZDF, 2020